Hi Leute, Paxcom hier. Ich begrüße euch recht herzlich zurück auf meinem Kanal zu einem neuen Video von X3 Terran Konflikt. Oh, ich werde jetzt ein bisschen wegfliegen. Nicht, dass die Chukau mich wieder, oder ich sie wieder kille hier. Und dann sage ich ihr, ähm... Kommando akzeptiert. Dass die beiden Schiffe, die da dran hängen, zu mir, äh... Ach Quatsch, ich habe, äh... Erweiter, 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 joa! Kommando akzeptiert. So, jetzt gucke ich mal, wie viel Fracht habe ich denn jetzt. Ähm, Energieplastmeure für acht, also brauche ich 16... ...24. Versorge Schiffe, Laser, 24. So, dann muss ich meinem, dem sagen, du sollst die Leute trainieren. Halt. Eingehende Nachricht. Okay. Was wolltest du denn jetzt mit dir machen? Ach, du wolltest die Säufel verkaufen. Säufel, L. Säufel. Gehe zur Position. Karke Püste. Kommando akzeptiert. Okay, wie sieht es denn aus mit dem Geld? Ja, ich werde noch ein bisschen mehr machen müssen, weil ich jetzt auch die Marines ausbilde. Undock eingehende Nachricht. Eingehende Nachricht. Königliche Handelsstation der Buronen. Das war knapp. Das hätte ich mir bald, die wollten ja noch andocken, hat gerade so noch geklappt. Warnung, Energielevel niedrig. Mal gucken, ob es hier noch ein paar Missionen gibt. Wo bist du unterwegs? Okay, du kannst eigentlich auch dann erstmal... Ja, du machst dann erstmal das zu Ende, weil du... ...und natürlich wieder meine anderen Versorgungshilfe einladen. Sie sprechen mit dem automatisierten Kommunikation... Du wolltest du uns etwas... Ich ruhe. Sie sprechen mit dem automatisierten... Gibt es etwas, wo wir benötigen Folgen? Ach, okay, ähm... Undockerlaubnis erteilt. Autopilot aktiviert. Eingehende Nachricht. Die Mission gucke ich mir noch schnell an. Und dann schaue ich mal... ...was du Schönes anzubieten hast. Eingehende Nachricht. Ja, ich will wenigstens auf 70 Millionen, bevor ich dann wieder weiterbaue am Komplex. Wenn ich noch ein bisschen was im Betto habe. Na, wieso kann ich denn immer noch nicht mit ihr sprechen? Jetzt, wir sprechen mit dem Autopilot. Will, können Sie Ihnen helfen? Bitte überprüfen Sie noch einmal... Oh! ...was wir benötigen. Das wird alles andere als einfach. Und es... Autopilot deaktiviert. Na, ob ich mich jetzt nicht übernommen habe, du? Gefechtskopf verbringt, ein großer Riff. Gefechtskopf verbringt, ein großes Riff. Sprungantrieb wird geladen. Na, ob ich das schaffe. Das ist ja sauknapp jetzt. Sehr knapp. Wow, das wäre cool, wenn ich es schaffe. In der Zeit. 90, iniziere Sprung. Bei sieben Millionen lohnt sich natürlich. Erreiche System. Großes Riff. Ah, vier Minuten nur. Autopilot deaktiviert. Gefechtskopf Fabrik Alpha. So, wann kann ich hier Gas geben? Noch nicht. Entschimmer und die Ströme. Wo soll ich hin? Bo-Fu-Schi-Mi-Labor Gamma. Entschimmer und die Ströme. Energiezellen transferiert. Energiezellen transferiert. Hoffentlich kriege ich das alles rein. Undock-Vorgang erfolgreich. Königin hat. Wir bitten Sie, etwas von Ihrer Fracht zu löschen, da Sie nicht genügend Platz für weitere Waren haben. Das dachte ich mir jetzt. Energiezellen, wo seid ihr? Ausgeworfen. Mal sehen, ob es jetzt geht. Andock-Verbindung zum örtlichen Handelsnetzwerk hergestellt. Gamma. Andock-Erlaubnis erteilt. Autopilot aktiviert. Bo-Fu-Schi-Mi-M Gamma. Genau. Vier Minuten. Sprungantrieb wird geladen. Kommando akzeptiert. Dann musst du die Drohnen benehmen und die Energiezellen. Ach, wieso denn das? Na egal. Muss ich eh deaktivieren. Erreiche System. Schimmernde Ströme. Bo-Fu-Chemielabor. M Gamma. Ach, du Scheiße. Not-Signal von Mistral. Warnung. Energielevel niedrig. Na, ob das was wird? Energiezellen. Kaufe zum besten Preis. Energiezellen. Kommando akzeptiert. Frachtraum geschlossen. Frachtraum geschlossen. Wir machen das anders. Halt. Komm. Folge. Kommando akzeptiert. Zwei Minuten. Oh, das wird eine knappe Kiste. Das wird eine knappe Kiste. 50 Millionen habe ich. Ich bin nicht in der Stimmung für eine Vergnügungspfad. Fliegen Sie schneller. Ha, 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 ha. Noch schneller geht mir wirklich nicht. Sie sprechen mit dem Automatik. Was gibt es für eine dritte Kiste? Noch schneller geht mir wirklich nicht. Oh, das wird knapp. Aber ich glaube, ich kriege das hin. Da habe ich noch 50 Minuten Zeit. Easy. Eine Minute. Und erledigt. Das fetzt. Autofolge. Autopilot aktiviert. 57 Millionen. Fetzt. So gefällt mir das. Der Sprungantrieb wird geladen. 10%. 20. 30. 40. 50%. 60. 70. 80. 90. Initiere Sprung. Das ist die letzte Baumission, die ich habe. Oh, die haben aber jetzt so viele Baumissionen angeboten. Will mich ja nicht beschweren. So, ich brauche wieder... Erreiche System. Karge Küste. Ähm, erweiterte Satelliten. Erweiterte Satellit. Transferiert. Die will ich erstmal nicht verkauft haben. Die Mark II Kampfdrohne bietet... Das Kontrollzentrum eines Komplexes regelt die Energie und Waren verteilt. So, Parassoi-Farm. Eingehende Nachricht. Super. So, wie viel Geld habe ich? 62 Millionen. Jawohl. Autopilot deaktiviert. So, ähm... Eingehende Nachricht. Jokaro. Eingehende Nachricht. Erstmal anhalten. Das hole ich mir die Energieplasmawerfer ab. Eingehende Nachricht. Eingehende Nachricht. Eingehende Nachricht. Erweiterter Satellit. Transferiert. Energieplasmawerfer. Energieplasmawerfer. Transferiert. Energiezellen. Transferiert. Erweiterter Satellit. Erweitert. 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 Atmosphäre. Erweitert. Erweitert. Jokaro. Spezialversorgungsschiffe. Und zwar... Laser 24. 23 jetzt nur noch. Kommando akzeptiert. Alles klar. So. Jetzt schaue ich nochmal in die Fabrik. Das Kontrollzentrum des Komplexes regelt die Energie- und Warenverteilung innerhalb einer solchen großen Produktionsanlage. Außerdem bearbeitet sie in der Domano-Zentrale. Missionen haben wir keine mehr. Erweiterte Satelliten haben wir jetzt. Ähm, dann. 61 Millionen. Dann sag ich dir... Superfrachter. Atmosphären-Transporter. Docke an. Und dann kann ich nämlich... Ähm... anfangen meinen Komplex wieder zu bauen. So. Kein Ziel. Gelandete Schiffe. Bahntausch. Energiezellen transferiert. Energiezellen transferiert. Energiepulskanonen-Munition. Transfer... Energiezellen transferiert. Okay, der hat 200. Lass schon mal bei meinem Schiff hier. Energiepulskanonen-Munition transferiert. Energiezellen transferiert. Energiepulskanonen-Munition transferiert. Energiezellen transferiert. So machen wir das. Energiezellen transferiert. Dass du noch ein bisschen Platz hast. Energiepulskanonen-Munition transferiert. Energiezellen transferiert. Okay. Und jetzt gucke ich noch mal kurz zu den Händlern. Da ist alles schickimicki. Den Energiefrachter kann ich dann auch wieder einsetzen als Händler. Und dann... Eingehende Nachricht. Eingehende Nachricht. Achso, ich muss auch schon mal gucken. Wo habe ich denn jetzt auch alles Händler? Äh... Wo setze ich nicht? Ein imperialer Grenzbezirk würde ich hier am liebsten einsetzen. Geht nicht. Frias Rückzug. Ist auch schon einer. Hafen der Königin. Ah ne, hier oben. Strand der Ewigkeit war gut. Habe ich da schon einen? Nein. Dann machst du das so. Strand der Ewigkeit. Kommando akzeptiert. Genau, du wirst das mal Energiezellen verkaufen. Was hast du denn eigentlich noch geladen? Fracht. Marjoklid, okay. Siliziumscheiben. Oh, du hast einen Haufen Raketen an Bord. Gut. Dann erforsche ich noch... Eingehende Nachricht. Ah, okay. Du kaufst jetzt erst mal Kahuna-Press ein. Kahuna-Press. Kahuna-Press. Gekauft. Ranch. Gekauft. Komplex-Bau- 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 Irgendwohin hier. Kommando akzeptiert. Und dann kann ich nämlich da weiterbauen. So. Was hast du denn jetzt alles? Jetzt muss ich das doch mit euch machen. Energie- und Warenverteilung innerhalb einer solchen großen Produktionsanlage. Sechs mal ein Megazool-Schild hast du. Fünfundzwanzig. Eins, zwei, drei, vier, fünf, auch sechser. Dann hast du... ...erweiterte Satelliten. Vier Stück. Kampfdroh'n. Sechs Stück. Moment. Ich muss umblättern. Sechs Stück. Dann... ...zweimal Energiezellen. Da hast du jetzt zwei. Brauchst du noch eins? Sonnenblumenöl-Raffinerie. Erstmal Agnufleisch. Hast du drei. Schnellvanzig. 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 Marscherschnecken. Eine. Ach, das Ding hier ist Schneckenform. Nicht Matcha. Schneckenform. Eine. Kahunas hast du drei. Rasteröl. Zwei. Marjaglit, das ist eine Raumschmiede. Eine. Eingehende Nachricht. Erz. Zwei. Silizium Scheiben. Zwei. Eingehende Nachricht. Oh, da brauchst du noch zwei Stück, sehe ich. Kristallfabrik, drei. Da brauchst du auch noch eine. Eingehende Nachricht. So. Eingehende Nachricht. Eingehende Nachricht. Okay, ähm, was hab ich denn an Fracht? Okay, ähm. Geh zur Position. Sprungantrieb wird geladen. Erstmal speichern. Lange nicht gespeichert. Und da baue ich jetzt erst mal die Kahunas auf. Und da baue ich jetzt erstmal die Kahunas auf. Damit es wieder rund läuft. Drei habe ich. Zwei gekauft. Also. Erreiche System. Profitminen. So. Das Kontrollzentrum eines Komplexes regelt die Energie- und Warenverteilung innerhalb einer solchen großen Produktionsanlage. Außerdem beherbergt sie eine Kommandozentrale sowie die Andockmöglichkeiten für ankommende Frachter. Mal ein bisschen Gas geben hier. Mal ein bisschen Gas geben hier. Autopilot deaktiviert. So. So. Speichern. Speichern. Atmosphären-Transporter. So, wie viel Fracht hast denn du jetzt noch? Frachtraum. Energie zählen. Okay. Fracht bauen. Jetzt wird es langsam voll hier. Das gefällt mir irgendwie nicht. Ich baue mal hier eine neue Reihe. Also. So, der Tapp ist... Vier. Ja? Und die Range, die baue ich daneben. Die baue ich daneben. Die drehen die Omnummer und den Beardwohnen sind. Daierklar, zurecht die Beardwohnen? Daierklar, zurecht die Beardwohnen. Liege ich an die Milen an. Die T-Wohnen und die Beardwohnen sind. In der Tat, die Beardwohnen, die Beardwohnen an. Die Myosen werden auf den Beardwohnen gehen. Deine Hilfohnen mit dem Beardwohnen. Die Hilfohnen ist entwohnt. Sie wollen an den Beardwohnen in eine S-Wohnen. Langsam wird es voll. So, jetzt habe ich fünf. Ich muss mal gucken, wie viel Geld habe ich jetzt noch. Genug. Undockerlaubnis erteilt, Kommando akzeptiert. Energieplasmawerfer, 16 Stück. Das Kontrollzentrum eines Komplexes regelt die Energie- und Warenverteilung. Kontrollzentrum, Alpha. So, jetzt werde ich wahrscheinlich keine Ressourcen mehr herbringen müssen. Wo ist jetzt mein TM? Heimat des Glücks. Wo willst du hin? Leichte Waffen. Dieser Waffenproduktionskomplex stellt verschiedene leichte Raumschiffe. Na gut. Nachdem sie ursprünglich das Angebot der Balaji Research in Kopf... Wie viele Raketen hatten, dass die Hyperion eigentlich... Acht Stück. Wie viele Energiezellen hast denn du noch? Okay, das sieht gut aus. Ach so, ich bin da blöde. Wieso schicke ich den jetzt hier runter? Ich brauche doch gar nicht sowas. Docke an. Heimat der Legende. Andockerlaubnis erteilt. Kommando akzeptiert. So, sechs Stück brauche ich jetzt noch von den Dingern. Gut. Die kaufe ich dann. Und werde die dann langsam aufbauen. Beim nächsten Mal wahrscheinlich. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ciao.